Musik Der Wild- und Erlebnispark Fairleiton liegt in einer malerischen alpinen Umgebung und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, auf zwei Hektar rund 150 Tiere aus über 30 verschiedenen Arten zu beobachten. Hier leben Wildtiere wie Eulen, Wölfe und Bären fast wie in ihrer natürlichen Umgebung. Also uns zeichnet aus, wir haben sehr viel Glück mit unserem Panorama. Die Alpen, das Großteil natürliche Fließgewässer im Wildpark, einfach die Landschaft, die Naturbelassenheit ist einfach ein Riesenpluspunkt für uns und zeichnet uns sehr aus. Unter der großen Vielfalt an Tierarten im Wildpark befindet sich auch der Eurasische Luchs. Bei uns in Österreich ist der Luchs aus dem Grund gefährdet, weil die ganzen Täler derzeit besiedelt sind oder immer mehr besiedelt werden und dadurch der Lebensraum, die Habitate für den Luchs immer kleiner und eingeschränkter werden. Ein gutes Habitat für den Luchs ist einfach große Landzüge, Täler, wo sie nicht besiedelt sind, wo er genug Nahrung hat und sie einfach frei entfalten kann. Die Salzburg AG unterstützt uns mit ihrer Patenschaft in dem Sinn natürlich einerseits einmal für die Futtermittel, den Gehegebau, ständig die Erweiterung der Gehege, aber natürlich auch im Sinne von Forschung bei Ansiedelungsprojekten, wo dann der Wildparkfährleitner daran teilnehmen kann. Und auch schon zwei kleine Luchsbabys haben es sich hier im Luchsgehege kürzlich gemütlich gemacht. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at www.salzburg-ag.at